So, einen wunderschönen guten Morgen, lebe Leute. Noch ganz und da hat bei der Leute zwei Stunden. Ja, mal sehen, dass gerade mehr gesucht wird. Aber ich glaube, ich darf jetzt direkt mit dem Leben anfangen. Ja, mein Stuhl, quietscht ich was. Äh, Spiel? Hast du dich aufgegangen? Ne. Killer. Okay. Äh, dann Ritter. Oh, der ist mein Niesen. Oh, der ist mein Niesenkrieg. Oh, der ist mein Niesenkrieg. Das ist nicht eine Katze in der Lüge. Oh, der ist mein Niesenkrieg. Oh Ich bin hier schon wieder fast durch, lol Mit der ersten Seite Habe ich bei ihm aber keine Wunschrute? Nee, oder? Oh, ich weiß nicht, wie das ist, wie man da war, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, zwei Mal, sehr spannend 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 Ich bin der Schmiede ammen. Oh, verdammt das hier. Da kann man einbütteln, jetzt sind wir eigentlich noch. Oder auch nichts. Soll ich einen neuen davon? Okay. Ich habe mich nicht mehr von dir, dass du so. Ich habe mich nicht mehr von dir, dass ich dir das nicht mehr künstlerisch. Ich habe ihn nicht mehr künstlerisch. Ich habe ihn nicht mehr künstlerisch. Ah ok, sind die 100% schon wieder weg oder was? Habe ich jetzt zu lange gebraucht? Ne, bekommen wir immer noch 100% Bonus Prüfung. Äh ok, das ist es... Okay, warte ich halt eine halbe Stunde bis ich dann eine Runde finde. Mein Problem ist es ja nicht so, als hätte ich nur minimal Zeit heute für die Arbeit. Oof. Okay. 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 Taos Kovach? das ist eine sehr lange geschichte ich bin gerade keiner mehr oder was das ist Das war's. er liegt mich das spiel ist dann die wir bonus prozent als bonus blutpunkte für keller aber schon jetzt ist über dem noch und noch mal so lange so muss ja ok das spiel hat mich total verarscht ich bekomme bonus blutpunkte wenn ich kinder spiel weil gesucht werden oder damit schneller match gefunden ist genau das so gut dann spiel ich überlebe noch so eine verarsche wirklich mit sich viel zeit gekostet schon wieder fast 20 minuten europa ich bin keine ganzen 15 vermutlich wirklich eine halbe stunde warten dürfen als keller bis ich da was gefunden hätte so 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 Geh? Ziel... ...ge... 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 ...hier... ...hat ich mir nochmal... ...hat ich mir gefällt... Ja, du ziehst du das weg, oder? Ich werde nichts überlegen, wenn es die Dornen wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott. 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 Gut, jetzt werden wir noch spinnen Ach Jack ey, du kriegst die Sadako, okay Warum hat sie ihn nicht bereit gedrückt? Oh Das war's. Sie hat mich nicht mehr. Oh. Oh. Ja, komm, teilen wir mal zusammen, dann geht's auch schneller. Ja. 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 Keine Sons. Keine Sons. Keine Sons. Keine Sons. Okay. Keine Sons. Keine Sons. Keine Sons. Keine Sons. Keine Sons. Komme das ist nicht dein Herz? Dodo Wie? Wir haben noch keinen einzelnen Generator. Wow. Und der Geist ist jetzt weg. Und der Geist ist jetzt weg. Scheiße. Ja. 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 Moment, Halbzeit, dann gleich wieder da. Vielen Dank. 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 Oh, cool. Ich will... mit dem... und... und wir fahren okay und wir haben ein schweinchen cool er schreit dort ok checker seine falle abbekommen genau im schweinchen lässt es nicht zu ok haben wir hier wo ein trotter ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. 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 Komm her, okay. Komm her, okay. Komm her, okay. Komm her, okay. Komm her. Komm her. Komm her. Okay, okay. Okay, der nutzt das. Okay, der nutzt das. Oh, okay. Oh, sind wir in dem Totembereich? Komm her. Okay. 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 Oh. Ach, den gönne Art, ha? Endstation, okay. Okay. Das war's. Nee, wissen sie nicht. Wir sind noch eine Verretter. Oder ist da keine Verretter mehr? Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Genau, oder? Das war's. Nee, noch eine Verretter. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's. 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 Okay. Okay. So viele Punkte für gewonnen, ey. Okay. Krass. Also nur weil die mich paar Mal jetzt laufen ließen. Das ist ganz am Anfang, ey. Das ist der erste Generator fertig, Bruder. Das war's. Das sind fast zwei Pips geworden. Ich hab' ehrlich gesagt. Ich hab' einfach zu Ende gemacht. aber wahnsinn die punkte das gibt wenn der killer die jahr verliert der überlebende am bruder bekommt man jetzt am ende und gehören zum anfang als meine falle aktiv wurde und ich nach der fallen suchen musste ja da hat es mich ein paar mal kommen lassen und das hat anscheinend schon ausgereicht dass ich da so viele punkte bekommen habe fast sehr sick echt schon heftige ja Ach ja, wenn das nicht immer so lange laden wird. Ich glaube, ich werde jetzt nur noch eine Runde machen. Man ist keine zwei Stunden, aber... Sonst bekomme ich noch einen Stoß. Irgendeine Arbeit. Moment mal. So. Jetzt sind wir mal da. Ja, muss ich dann halt hier hin und her switchen. Aber ich glaube, ich werde hier eh herzlich überleben. Wenn ich nach der Hälfte komme. Mal schauen. Habe ich hier keine Wünsche, Rude jetzt noch? Ja. Ach, sammeln. Ja, gut. Ich meine, wenn ich fleißiger an Generatoren arbeite, dann... will ich das auch haben. Oh, die sind schon ready. Okay. Ja, komm, ich mache zwei Runden. Wenn ich dann die Teile aufgeschossen habe. Ah je, dann hat er keine Wünsche, Rude. Ja, cool. Ja, cool. Gehen die Schädelhände ran spielen. Aber jetzt habe ich sie mal endlich als Killer. Krass. 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 Ja. Aber jetzt habe ich sie mal. Naja, ich müsste nicht mehr Kilo spülen. Welche Map haben wir denn? RPD? Oder was? Weil das zu lange nicht. Nee, roter Wald? Okay. Okay. Das war nichts. Okay, den getauscht. Der wird mir jetzt gejagt. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, die kann sich hier auch nicht verpüssen, oder? Oh, man, das ist super schade, wirklich. Oh, man. 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 Oh, shit. Oh, man. 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 Ich bin ganz schön. Um... It's counter tomorrow, huh? Habe ich es jetzt nicht mehr ganz geschafft, oder was? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich bin nicht hier gebrochen, weil ich in der Leere bin. Ich bin nicht hier gebrochen, aber ich bin nicht hier gebrochen. Ich bin nicht hier gebrochen, aber ich bin nicht hier gebrochen. Ich bin nicht hier gebrochen, aber ich bin nicht hier gebrochen. Ich bin nicht hier gebrochen, aber ich bin nicht hier gebrochen. Ich bin nicht hier gebrochen, aber ich bin nicht hier gebrochen. Ich bin nicht hier gebrochen, aber ich bin nicht hier gebrochen. 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 auf den spiel habe ich keine lust kommt kate und killer drückt berat please geld und killer Es wird dann eh schon wieder ein Knochen vorgegeben. Das nehme ich nicht mehr mit. Okay, was sind das für Opfergaben zu der Zeit? Terror-Messur, okay? Cool. Nicht Terror-Messur. Gellert auch noch eine Akane-Wünsche-Rudelregion. ... Sehr gut. jetzt noch was rpd mäßiges als map nee ok es ist das komplett neue die komplett neue map ok diese schädeländerin ist das schon mal nicht und es ist auch nicht die beiden hatte ich bis jetzt noch einmal so was ist das nochmal für ein Terror war das? haben wir die Hexe? Dampfer belassen oh ne Spirwit oh ne Spirwit so will nicht sein gar wohl auch nicht, dann hört ihr dagegen ja hatte mich jetzt gehen lassen ich bin so nehm nehm ich bin so nehm bin ich in hoher nehm bereit ich bin so nehm ich bin so nehm ich bin so nehm Ok, wir haben gerade geackt. Und kommt hierher. Oh, shit. Chet, äh, Cloudhead war das jetzt. Genial, ey. Ich stelle hier einen Sing auf und die zerstörten droht er einfach dann, was uns alle gefährdet. Na gut, direkt in den Sing droht er, naja cool. Wenn da jetzt jemand mit, wir schaffen das und nicht rund durch, der halt dann doppelt so schnell? Ne, dreimal so schnell. Einmal die 100% für Siegenkreis der Heilung und dann nochmal die 100% für... Dings. Ah, wir schaffen das. Sobald ist ein didd deserved das so fast. Was ist es hier? Ah, ja... Was ist das? Geh, 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 Geh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, nächstes Mal laufe ich direkt zum Totemänner, wenn ich verletzt bin und mich hier mit Halmöte. Wir sind hier in Totemännern. Wir sind hier in Totemännern. Ja, ist schon noch irgendwie praktisch. Ach, okay, das war für das Volk. Oh Gott, ich dachte gerade, das wäre jetzt der Killer. Oh Gott. 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 Ich warte, sie würde mich da nicht erzählen, ja. Ach, dreck! Ich schimmel, wenn sie mich lösen würden... Nein, ich würde mich. Die habe ich auf Gabba geschafft, ey. 66.000, mein was? Wir haben mehr als die Karte weggemacht. Die Kay, die ist noch im Rennen. Was macht denn die Kitze, oder? Die will jetzt auch noch Punkte sammeln, okay. Löfft die jetzt gleich raus. Guten Morgen, Evo. Du kommst genau zum Ende des Streams zu. Okay, die ist auch rausgelaufen. Wow, ich bin der Einzige. Okay, der Spirit hat noch mal 11.000 mehr gemacht, tatsächlich. War gut. Ja, das ist keine Wünsche, Rote Wahnsinn, ey. Wie viele Bonuspunkte man da bekommt. Und wenn dann noch, äh, so ein... ...Tero Mesudo zukommt. Ja, es ist schon wie es immer. In einer Stunde muss ich schon wieder zur Arbeit laufen. Und dafür würde ich, äh, davor würde ich noch gern was essen und duschen, also... Ja, du hättest auch früher kommen können, ich bin jetzt eh schon wieder zwei Stunden online. Ja, es ist... Zwei Stunden ist echt kurz, aber bist du es gar nicht. ...und, ja, ich bin mit der ersten eventvolleren Zeitgewehr. Okay, jetzt darf ich mir doch warten, bis ich neue dunkle Schmuckstücke... ...oder von dem Zeug bekomme... ...für die restlichen Sachen. Ja, vielleicht werde ich heute Abend noch mal ein bisschen länger machen. Je nachdem, wie ich heimkomme. Ja, wenn es nicht zu lange wird, 18 bis 19 sind sehr gut, wenn ich so um halb 6 heimkomme, könnte sich das schon ausgehen. Das mache ich dann auch noch als Überlebender, dann habe ich hier was mit 2, trifft ich mit 3 verschiedenen Überlebenden mindestens einmal, nachdem der erste Generator abgeschossen war. Ah, ok, interessant. Feiner Nier-Remix. Dealer, platziert zufällige Talente in der Aufstellung, ok. Interessant. Es gibt wirklich jetzt solche Archivaufgaben. Ich weiß nicht, seit wann das reingekommen ist. Da habe ich Deep Dead Dead nicht mehr wirklich gespielt. Aber ich habe ja Youtube-Videos gesehen, wo jemand diese Aufgabe hatte. das gibt es glaube ich als Killer auch noch. Und hier habe ich viel Dredge, ok. Holen. Naja, ich hole mir noch schnell etwas vom Spalter. So, ich hätte sich ja nicht gleich machen können. Ja, ich muss jetzt auf. Ähm. Schön da noch. Vielleicht komme ich aber noch mal online. Bis dann noch. Bis dann noch. Bis dann noch.